Kapitel 11 Flüsternde Koordinaten Jonathan war ein Geocacher aus Leidenschaft, doch keine seiner bisherigen Schatzsuchen hatte ihn so in ihren Bann gezogen wie die Jagd nach dem Kescher mit dem Namen Flüsternde Koordinaten. Es war nicht nur der Name, der ihn anzog, sondern die Legende, die sich um diesen Kescher rankte. Es hieß, dass die Koordinaten des Verstecks von niemandem exakt bestimmt werden konnten, denn sie schienen sich ständig zu verändern als ob sie flüsterten und nur denen, die wirklich zuhören konnten, den wahren Standort offenbarten. Ausgerüstet mit seinem GPS-Gerät, einer robusten Taschenlampe und einem Notizbuch voller kryptischer Hinweise von früheren Suchern, machte sich Jonathan eines milden Herbstnachmittags auf den Weg. Die Suche führte ihn in ein dichtes Waldgebiet, bekannt für seine verworrenen Pfade und sein ungewöhnliches Echo, das Geräusche auf seltsame Weise zu verstärken schien. Jonathan wanderte stundenlang durch den Wald, überprüfte seine Koordinaten immer wieder, doch jedes Mal, wenn er dachte, er wäre dem Ziel nahe, zeigte sein GPS eine leichte Abweichung an. Der Kescher schien sich wie ein Schatten stets ein wenig außerhalb seiner Reichweite zu bewegen. Als die Sonne begann, sich dem Horizont zu neigen, und das Licht im Wald spärlicher wurde, beschloss Jonathan, eine Pause einzulegen. Er saß auf einem umgestürzten Baum und nahm die Geräusche des Waldes in sich auf. Das Knacken der Äste, das Rauschen der Blätter und, war da nicht ein Flüstern? Jonathan lauschte intensiver. Das Flüstern war tatsächlich da, eine leise, melodische Sequenz, die kaum zu hören war und doch eine klare Abfolge zu haben schien. Er erinnerte sich an einen Hinweis, den er zuvor gelesen hatte, Horch, die Bäume sprechen sanft, folge dem Lied, das der Wind dir schenkt. Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf die sanften Töne. Das Flüstern schien einen Rhythmus zu haben, eine Art musikalisch Koordinate. Jonathan summte die Melodie leise mit und als er seine Augen wieder öffnete, sah er sein GPS mit neuen Augen. Die Zahlen waren nicht nur Zahlen, sie waren eine Partitur, ein musikalisches Rätsel, das es zu entschlüsseln galt. Mit neuer Entschlossenheit folgte er der Melodie, die ihm der Wald zu flüstern schien. Er verließ die ausgetretenen Pfade und folgte den subtilen Hinweisen, die im Wind lagen. Schließlich brachte ihn das Lied zu einer kleinen Lichtung, an deren Rand eine alte Eiche stand. Ihre Äste bewegten sich sanft im Abendwind, als würden sie dirigieren. Unter der Eiche, versteckt unter einem Stein, fand Jonathan einen kleinen, unauffälligen Behälter. Sein Herz schlug vor Aufregung schneller, als er ihn öffnete. Darin lag das Logbuch und ein kleiner Zettel, auf dem stand, du hast das Flüstern verstanden und den Schatz gefunden. Dein Gehör sei gesegnet mit den Geheimnissen, die es gefunden hat. Jonathan lächelte, trug seinen Namen in das Logbuch ein und setzte sich wieder auf den Baumstamm, lauschend dem flüsternden Wald, der ihm seine verborgenen Schätze offenbart hatte. Er wusste, dass er diese Erfahrung nie vergessen würde, die Erinnerung an den Tag, an dem er nicht nur dem Wald, sondern auch den flüsternden Koordinaten zugehört hatte. Er wusste, dass er sich immer mit dem Senhor aufgeregt, die Erinnerung ent geo Winter hat. Vielen Dank.